hallo liebe youtube ist und herzlich willkommen zu einem neuen video dies ist ein pferde thema aber ist natürlich auch genauso geeignet als tipp für alle nichtreiter unter euch und zwar wir merken ganz ganz oft nicht dass wir verspannt sind dass wir etwas viel zu verbissen angehen und merken das noch nicht mal und ja da empfehle ich euch ab und zu einfach mal zu checken ich muss auch immer mal auf den hund gucken hier der macht nämlich blödsinn ab und zu einfach mal ab zu checken was macht eigentlich eure zunge in eurem mund ist die ganz entspannt in eurer mundhöhle und liegt ganz normal flach und locker im mund oder presst sie sich an den gaumen rollt sie sich vielleicht zusammen presst ihr sie an die zähne oder beißt sogar mit den zähnen drauf das ist ein ganz ganz deutlicher hinweis dass ihr verspannt seid und auch das allererste zeichen dass irgendwas zu hart angegangen wird ja also achtet auf eure zunge wenn ihr locker seid ist auch eure zunge locker wenn euch der tipp gefallen hat geht mir einen daumen nach oben wenn nicht daumen nach unten abonniert meinen kanal schreibt fragen schreibt kommentare drückt das glöckchen damit ihr nichts verpasst und natürlich teilt das video ganz ganz wichtig wäre ich euch sehr dankbar ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen tag go vegan und namaste tschüss meine lieben